Hallo zusammen, wir sind Blumentopf und ihr seht Münsterama auf Center TV. Ja, es sind neue Songs drauf. Also wir haben uns dann hingesetzt und haben einfach mal neue Songs gemacht. Das ist ja bei jedem Album eigentlich von unseren sieben Alben so gewesen. Komplett anderes Album. Ja genau, komplett anders. Kein Song, doppelte. Genau, also wir haben ein ganz neues Material an den Start gebracht. Uns ist vom ganzen Klangbild her schon ein Unterschied zu Wir oder zu dem Vorgänger Musikmaschine irgendwie zu hören. Also es ist dann doch wieder mehr aus der Soul-Funk-Jazz-Ecke sich der Samples bedient. Ich rede mal für den Mann neben mir, nämlich die Seppolot, der die Beats gemacht hat. Also man hört schon einen Unterschied vom ganzen Klangästhetik und so zum Vorgänger Wir, der doch eher so gitarrenlastig war. Aber ja, ich meine wir fünf haben es gemacht, der Blumentopf und deshalb ist es dann doch auch wieder ein Blumentopf-Album geworden. Natürlich ist ganz klar. Mit ganz neuen Reimen auch. Ja, also mit Rosi kann man, ja, erzähl du mal. Ich meine, der Günther ist ja auch ein alter Gangster. Er ist der Number One Gang Member von München. Es gibt keine größere Gang in München als die Spider-Murphy-Gang. Ja genau, die Betonung auf Gang. Und von Gang nach Gangster ist es ja nicht mehr viel, nur noch eine Silbe und ein paar Buchstaben mehr. Von daher sind wir da, hoffe ich mal, auf dem richtigen Weg. Ja, also ich meine, keine Ahnung. Es war schon ein bisschen lustig. Das letzte Mal haben wir Rosi im Bayerischen Fernsehen gespielt, zum Beispiel in der Abendschau. Und uns hatte der Günther schon lange vorher erzählt, dass das damals war, das Lied ja bei denen auf dem Index beim BR damals. Eben wegen Nutten vor der großen Stadt stehen sich die Füße platt. 30 Jahre später kommen wir und ich darf im Bayerischen Fernsehen Hurensöhne sagen. So, ich weiß nicht, da hat sich auch einiges geändert. Hoffentlich auch im Münsteraner TV. Ja genau, hoffentlich darf ich hier Hurensöhne sagen. Ich weiß ja nicht, ist ja ein Jugendformat. Hurensöhne nochmal hier für alle Zuseher. Aber ja, also wir sind nicht auf dem Weg in die Gangster-Rap-Ecke. Das ist das Schimpfwörter. Das benutzen wir auch wir, haben wir auch schon früher in unseren Texten benutzt. Wir stehen nicht dafür, ist auch gut so. Aber sie kommen auch ab und an mal vor und das muss auch so sein. Also bei den beiden, zum Beispiel bei den Sportfreunden, war es schon lange eigentlich mal ein Wunsch von beiden Bands, dass wir was zusammen machen. Also wir kennen die Sportfreunde schon lange aus München. Vom Weggehen eigentlich mehr so Thekenbekanntschaften sozusagen. Und es war schon immer so, hey, lass uns doch mal zusammen was machen und wäre doch cool. Und diesmal haben wir es einfach dann mal gemacht, nicht nur darüber geredet. Günter Siegel, ja der ist bedingt durch das Lied. Und ich meine, in dem Lied geht es ja um Rosi, um die Rosi von damals, halt aus ganz Skandal im Sperrbezirk von Ihnen. Und da war klar, dass wir ihn anfragen, ob er Bock hat mitzumachen, haben wir Glück gehabt. Der hat Bock gehabt und hat mitgemacht. Polmann war auch eigentlich der Song, der das vorgegeben hat, weil wir jemanden gesucht haben, der diesen Bindern-mal-weck-Chorus halt von der Stimme her und vom Gesang her so richtig rüberbringen kann, wie wir uns das vorstellen. Da sind wir eigentlich relativ schnell auf den Polmann gekommen, weil der halt nur so eine Stimme hat, die wir uns vorgestellt haben. Also wir haben uns die Features eigentlich in dem Fall halt für den Song ausgesucht. Also für uns ist, also für mich persönlich ist Münster eng mit dem Skaters Palace natürlich hier verbunden, weil wir eigentlich, muss ich ehrlich sagen, seit fast zehn Jahren in regelmäßigen Abständen hier im Skaters Palace unsere Schauspielen. Wir waren schon im Café mit unserer Freestyle-Tour, also in einer kleinen Skaters Palace-Café. Wir sind oft hier in der Halle gewesen, das ist auf jeden Fall eine Verbindung. Ja, genau. Und immer schön hier gegenüber im Outlet-Store halt immer noch ein T-Shirt kaufen oder so, gehört auch schon zur Tradition. Und natürlich noch ein bisschen in die Stadt reinschauen, die Stadt ist schön, ein bisschen sich alles anschauen. Eine Fahrradstadt, habe ich gehört. Taxifahrer hassen die Fahrradfahrer, habe ich gelernt heute beim Taxifahren. Aber so, ja, wir sind gern hier. Ich habe schon eine lange Tradition eigentlich mit Münster, fällt mir da ein. Ich war 1989 zum ersten Mal hier auf dem Münster Monster Mastership, schön in Jugendherberge gepennt. Und ja, das war, glaube ich, mein erstes Mal in Münster. Lange sehr. Seitdem immer wieder. Also wir haben eigentlich bis auf den Floh, haben wir alle jahrelang enthusiastisch geskatet. Mittlerweile bin ich eigentlich mehr oder weniger der Einzige, der noch fährt. Aber ich habe auf Tour immer mein Deck dabei. Normalerweise würde ich jetzt auch um Minirampe fahren, aber leider ist da gerade irgendeine Veranstaltung. Da ist ein Dinner im Flat aufgebaut und man kann die Rampe leider nicht benutzen. Ja, das ist wirklich so. Ihr habt es noch nicht gesehen. Aber ich habe schon hier meinen Kickflop absolviert für heute hier. Ja genau, es gehört beides zusammen. Ohne Studio keine Bühne und ohne Bühne kein Studio. Das macht wahnsinnig viel Spaß, Songs neu zu schreiben, sie aufzunehmen und dann genauso viel Spaß, sie zu performen. Und dann, wenn man sie lang genug performt hat, denkt man sich, ah, ich glaube, wir gehen mal wieder ins Studio und machen ein paar neue Songs. Also das ist irgendwie, ich glaube, es lebt sehr von dem Wechsel. Also ich genieße beides. 20-jähriges Bandjubiläum. Wir waren ja auf Tour mit unserem großes Kino-Kein-Zufall-Album, haben wir halt nochmal zum Jubiläum nur die alten Sachen gespielt, auf einer kleinen Club-Tour. Und es war schon sehr, sehr cool, so zurückzuschauen auf die alten Songs, vor allem als wir uns überlegt haben, was spielen wir denn nochmal die alten Alben hören. Also wir sind eigentlich, glaube ich, durch die Bank, nicht die Leute, die sich daheim irgendwie die alten Sachen einfach mal so anhören, sondern es braucht schon Anlass. Und das war schon eigentlich geil, so einfach Sachen durchzuhören, die wir vor 15 Jahren auf Alben rausgebracht haben und damals immer live gespielt haben. Das ist schon eine coole Art, zurückzublicken. Also es war ein sehr, sehr schönes Jahr jetzt für uns eben auch deswegen, weil es nochmal die alten Sachen angehört, die nochmal live gespielt. Hat schon Spaß gemacht. Erfolg definiert sich für mich so, dass wir in der glücklichen Lage sind, das machen zu können, was wir wollen. Und das ist schon mal prinzipiell erfolgreich und dann natürlich toll, wenn wir auch damit alle unseren Lebensunterhalt bestreiten können. Super. Also ja, ich fühle mich erfolgreich in dem, was ich mache. Ja, auf jeden Fall. Definitiv. 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 Vielen Dank.